Musik Ah, weil alle Söhle auf der Presse schimpfen, ich kann nicht letztes sagen. Auf alle Fälle nicht auf der genialen Milchpress von Irsana. Gell, Menschen warnen Leier sind nicht und wo was die alles kann. Weil mir tut auch gar nichts Geheizwähren mit einem eiligen Affenmelkeibel umgehüpfen, weil mein Chef so eine Gespärin wird. Erst daran ist schon gemeint, der Chef trifft mich raus und stellt auch Sarah an, wenn ich wohl fragen werde, wenn ich gehörte an die I-Sara-Wärts. So, jetzt geht's los. Musik Wie heißen sie schon im Präsident? Und du musst nicht ein halbes Telefantbuch studieren, dass du mitkommst. Hast du gesehen? Das kann man nicht. Du musst nicht rein, mit der Druck da presst. Äh, mit der Press da Druck. Das schaut direkt aus wie ein kleines Kunstwerk. Und das Zeug braucht Lämmer ein Drittel Platz. Das ist für 100% knapp über der Hälfte. Der Häcksel. Möge ich auch passen, dass ich nicht mit dem Hirnkästchen komme, weil mein Lämmer ein Drittel bleibt. Sonst würde der Franz vom Recyclinghof helfen werden, den ich gar nicht mehr kenne. Weil sonst bin ich ja dreimal die Woche beim Recyclinghof. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Wohlan zwischen Recyclingfranze und meiner Sarah, dann bleibe ich lieber bei dir, Sarah. Und ich bin ja, Sarah.